Jau Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video, mein erster Vlog an 2019. Leider erst jetzt Mitte, Ende April, weil ich verletzungsbedingt lange raus war, aber jetzt am Wochenende hatten wir eine mega geile Session, ich habe viel gefilmt, es waren krasse Leute am Start und ich sage einfach mal viel Spaß beim Video. Peace. Also Leute, wir sind jetzt hier am Session fahren, haben gerade angefangen, ich zeige euch jetzt gleich mal wer heute alles am Start ist, da kommt schon der erste nach oben und zwar ist das der Lars Bauer. Heute am Start hier in Gernstein, mit vorm Schanzenfeld, Gannis Vogt ist auch am Start. Geht es jetzt wieder los hier? 2019. Gannis Vogt ist auch am Start und Chris Geber aus der Schweiz. Gannis Vogt ist heute auch am Start. Machen wir einen Vlog? Ja, heute ist nochmal Time. Comeback. Ja, das ist Marvin Buchholzki Comeback heute hier. Checkt es ab. Viel Spaß. Straight aus der Schweiz. Lukas Huppert ist heute auch am Start. Peace. Wurz. His pein geht es. Okay. Okay. So, let's go guys. 2 Hits. 3 Hits. 3 Hits. 4 Hits. 7 Hits. 3 Hits. 4 Hits. 4 Hits. 6 Hits. 1 Hits. 5 Hits. Oh fuck oh 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 Yo Leute Das war's Erster Vlog 2019 Endlich hat's geklappt Wir hatten eine mega geile Session Muss man wirklich sagen Krasse Leute da gewesen Jungs aus der Schweiz Erik, Max, Lars und so weiter und so fort Gernsheim war top in Form Wirklich die Line ist mega geil gelaufen Ich hoffe euch hat's gefallen Ich hatte mega viel Spaß Die Jungs denke ich auch alle Und ja Das nächste Video wird Über Swatch Rocket R sein Wo ich mitfahre, es sind zwei Wochen Und ja Ich hoffe ich kann da was reißen Und nebenbei Für euch ein geiles Video machen Und ja genau Also bis die Tage, haut rein